Liebe Mamis und Papis, heute stelle ich euch den Twinder Twist Duo vor. Mit seinen vielen Features ist er der ideale Kinderwagen für Geschwister und Zwillinge. Mit Verwendung der Wanne ist der Twinder Twist Duo schon ab Geburt nutzbar. Der teilbare Sitzbezug macht ihn zum perfekten Geschwisterwagen. Die komfortablen Sitze lassen sich stufenlos bis zur Liegeposition verstellen. Der Wagen verfügt über einen großen Einkaufskorb und die Schiebestange lässt sich in der Höhe verstellen. Der Twinder Twist Duo ist ebenfalls TÜV und GS getestet. Er verfügt neben einem 5-Punkt-Gurt sowie reflektierenden Bändern auch über eine Sicherheitsleine, die am Handgelenk befestigt wird. Und jetzt zeige ich euch, wie man den Twinder Twist Duo zusammenklappt. Und jetzt zeige ich euch, wie man den Twinder Die Bremse kann als Feststellbremse und auch als Laufbremse benutzt werden. Der Wagen wiegt 16 kg und ist mit 45 kg belastbar. Weitere Features sind Atmungsaktive Sitzbezüge Höhenverstellbarer Fußbereich und abnehmbare Räder mit Scheibenbremsen. Umfangreiches Zubehör findet ihr unter www.buggy.de Für alle TFK-Modelle findet ihr detaillierte Schulungsvideos unter www.buggy.de www.buggy.de www.buggy.de